Servus Leute, habt ihr schon gehört? Das EU-Parlament setzt wieder alles drauf, dass es den Lkw-Fahrern besser geht. Im neuen Mobilitätspaket werden die Ruhe und die Rückkehrzeiten neu geregelt. Ja Leute, wer es gehört hat, wer es nicht gehört hat, hört es jetzt. Ich muss vorwegnehmen, also ein paar Sachen vorwegnehmen. Und zwar, ihr wisst ja schon, oder die, die mich verfolgen, die wissen ja schon, was ich davon halte, von diesen ganzen Gesetzen. Und ich will jetzt noch einfach nochmal für die Vollpfosten, die einfach überhaupt das Leben an sich nicht verstanden haben, will ich einfach ein paar Sachen erklären und erklären, warum ich das Ganze, ja sagen wir mal unparteiisch, obwohl ich eine Transportfirma habe, warum ich das Ganze eigentlich unparteiisch mache und warum halt viele Lkw-Fahrer oder viele Hater, die unten, die wird es ja jetzt massenhaft in den Kommentaren geben, werden natürlich von mir fein säuberlichst gelöscht, weil ich kann leider nicht entscheiden, wie die Gesetze gemacht werden, aber auf meinem Kanal kann ich die Gesetze machen. Und da bin ich schon mal wenigstens auf dem Kanal im Vorteil. Und zwar geht so folgendes, ich will das nämlich vorwegnehmen, ich habe ja eine kroatische und deutsche Transportfirma. Für die, die es nicht wissen, ich lebe in Kroatien, ich bin aus Kroatien und es hat alles angefangen mit einem Lkw für meinen Fleischgroßhandel. Und ja, dann hat sich so ergeben, dann bin ich bis vier Lkw gekommen, jetzt habe ich mittlerweile drei. Und seit zweieinhalb Jahren, oder seit drei Jahren, baue ich mir meine deutsche Firma auf. Mittlerweile habe ich da vier Lkw laufen. Und ja, wie die, die mich verfolgen, schon wissen, die kroatischen Lkw werden nach in etwa circa eineinhalb Jahren, sind die Dinger abbezahlt und dann werden die auch verkauft. Und das war es, was mich und die Transportbranche in Kroatien angeht, vielleicht auch sogar in Deutschland, ich weiß es noch nicht. Ich will eins vorwegnehmen und zwar, weil viele, ja, weil du betroffen bist, deswegen hast du so eine Meinung. Es geht jetzt hier absolut gar nicht darum, ob ich betroffen bin oder nicht. Also wer das nicht verstanden hat, also ich muss sogar dazu sagen, dass diese neuen Regelungen mir sogar, für mich sogar gut sind. Ich erkläre auch warum. Auf jeden Fall, wie gesagt, das regt mich halt tierisch auf, wenn ich von einem Lkw fahre, meistens sind es dann deutsche Lkw-Fahrer, praktisch unten in den Kommentaren bekomme, ja, du, das ist nur, weil es dich angeht. Nein, 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 das ist nur, weil es dich angeht. Du schreibst unten diese Kommentare, weil es dich direkt angeht und du ein ungerechtes Gehalt und so hast, was ich kompletten Quatsch finde, weil der Markt ist frei, Lkw-Fahrer werden gesucht wie verrückt. Deshalb würde ich sagen, dass die guten Fahrer, die sind in der Regel auch schon wirklich gut versorgt. Kommen wir jetzt zu dem neuen, also, wie gesagt, ich wollte jetzt damit nur erklären, dass ich wirklich, dass es mir komplett egal ist, ich erkläre euch, warum das so ist und ich würde noch ein anderes Video geben. Das Video wird sehr, sehr, sehr interessant, wird auch wirklich eines meiner Dislike-Videos sein, das weiß ich schon. Und zwar werde ich ein Video machen, in dem ich erkläre, warum in meinen Augen sich Deutschland selbst kaputt macht mit der Zeit. Aber gut, wie gesagt, das kommt in einem der nächsten Videos. Also, das EU-Parlament hat das neue Mobilitätspaket in die Welt gerufen. Man sieht natürlich wieder, dass die Sesselfurzer maximal Ahnung haben von dem, was sie machen und was für Gesetze sie bringen. Schon, also wie ich das jetzt mitbekommen habe, schon zehn Jahre arbeiten die dran, also sind auch wirklich sehr schnell. Ich kann nur sagen, Gott sei Dank haben die dort ein Festgehalt und arbeiten nicht nach Leistung, weil sonst würden die den Hungertod sterben, das wäre mal sicher in der Politik. Schauen wir mal rein, also ich habe mir das ein bisschen hier aufgeschrieben, deswegen schaue ich hin und da mal ein bisschen runter. Ja, was haben die denn so verabschiedet? Also, am wichtigsten ist natürlich zu sagen, dass das Ganze ausschließlich oder größtenteils gemacht wurde, damit die Lkw-Fahrer bessere Arbeitsbedingungen haben. Also, es geht hier nicht darum, dass in Deutschland, Frankreich oder die Länder, die am lautesten geschrien haben, dass da praktisch mehr Geld in deren Kassen fließt. Nein, natürlich nicht. Es geht hier tatsächlich nur um die Lkw-Fahrer und um deren Wohlbefinden. Also, das darf man natürlich nicht vergessen. Was sagt dieses Mobilitätspaket? Die wollen ja gegen diesen Lohndumping, diese unmoralischen Arbeitsbedingungen kämpfen und die wollen, dass praktisch die Lkw-Fahrer ihre Wochenruhezeit, also praktisch die Wochenendpausen, nicht im Lkw verbringen dürfen. Das geht hier natürlich nicht um das Wohlbefinden der Fahrer, weil es gibt mehr als genug Fahrer, die wirklich das leben. Das heißt, die leben das Leben im Lkw. Also, ich hatte mehrere davon, musste aber leider, wir mussten uns leider trennen, weil ich wegen den Gesetzen einfach nicht mehr die Möglichkeit hatte, diesen Fahrern die Möglichkeit zu geben, dass die non-stop im Lkw leben, weil sie halt einfach keine Familie haben. Die sind dann zu deutschen Firmen gegangen, die dann ihren Firmensitz und damit auch der Fahrer den Wohnsitz irgendwo in Deutschland hat und dann trotzdem im Lkw schläft, aber ist ja egal, weil er hat ja seinen Wohnsitz in Deutschland, dann passt das Ganze natürlich schon. Also, man muss auf jeden Fall hier dann schauen, dass den Fahrern es besser geht. Was heißt das? Ich erkläre jetzt nochmal, warum es mich, bei mir arbeiten die Fahrer 3-1. Das heißt, drei Wochen fahren sie, eine Woche gehen sie nach Hause. Bislang, oder ich habe immer noch, seit jetzt, seit drei Jahren, habe ich in Memmingen eine Wohnung angemietet, in der die dann die, ja, die Wochenendruhepausen verbringen sollten, obwohl es die meisten Fahrer nicht machen. Die stellen sich dann auf den Parkplatz, der ist genau 150 Meter von der Wohnung entfernt und schlafen trotzdem in ihren Lkw, was ich auch so machen würde. Aber gut, interessant ist, da sagt ja das EU-Parlament hier, wir wollen, wenn das schon so ist, dass der Lkw-Fahrer unterwegs ist, die Wochenendpause im Hotel verbringen. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht über die 45-Stunden-Pause am Wochenende und dass man das nicht im Lkw verbringen darf. Ich habe vielleicht sogar zwei Videos darüber gemacht. Ich blende die mal einfach hier oben ein. Wenn es zwei sind, wenn nicht, dann natürlich nur eins. Und wir kommen wieder zum interessanten Thema. Wenn es nicht geht, dann sollen die Fahrer in einem Hotel schlafen. Ja, das ist natürlich ganz einfach. Ihr könnt ja mal gerne Booking.com aufmachen und dann so über die Woche schauen. Erstmal über die Woche, wie viele Hotels so entlang der Autobahn gibt, die man überhaupt bekommen kann, also reservieren kann. Natürlich muss man ja das Ganze rechtzeitig organisieren, weil man weiß ja mit Sicherheit eine Woche vorher schon, ob der Fahrer es auch bis dort schafft und ob er irgendwo im Stau stehen wird, ob irgendwo eine Lade- oder Abladestelle an der Lade- oder Abladestelle es Komplikationen geben wird und sich für ihn das Ganze für einen Tag verlängert. Das müssen wir halt alle wissen. Ist ja klar. Jetzt kommen wieder die Deppen, die irgendwie Linienverkehr fahren und sagen, ja, unsere Dispo schafft es ja auch. Gut, bravo, deine Dispo schafft es auch, Linienverkehre zu disponieren. Wow, Wahnsinn. Das sind natürlich die stärksten. Also eigentlich, ich sage es mal jetzt so, die Sesselfurzen oder Vollpfosten, die diese Gesetze bringen, ich mache das mit Absicht, ich sage das jetzt so mit Absicht, diese Worte, die ich jetzt hier benutze, sind eigentlich noch wirklich sehr, 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 sehr dezent gesagt, was ich eigentlich über diese Menschen denke und ich finde es halt immer interessant, dass Menschen, die eigentlich nie einen LKW von innen gesehen haben, außer eventuell auf Fotos oder auf irgendeiner Messe, damit man die fotografieren kann in einem LKW, finde ich immer interessant, wenn die halt dann die Gesetze bringen, die überhaupt nicht, ja, das ist einfach unmöglich, die zu bringen. Und zwar erstmal in Deutschland ist es so, dass man in der Regel über die Woche und auch am Wochenende, dass die Hotels, Gott sei Dank, gut jetzt zu diesen heutigen Zeiten natürlich nicht so, aber in der Regel sind die Hotels wirklich voll. Da ich ca. 70 bis 80 Nächte pro Jahr im Hotel schlafe und davon 90% in Deutschland, würde ich sagen, dass ich mich da ein wenig auskenne. Die zweite Sache ist, was natürlich noch interessanter ist, die LKWs, also wie viele Hotels haben denn LKW-Parkplätze? Also ich habe bis jetzt wirklich sehr wenige gesehen, wo man ein LKW abstellen könnte, also vor dem Hotel. Ich habe auch ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie gut die anderen Hotelgäste es finden würden, wenn vor dem Hotel 7, 8, 9 oder 10 Kühl-LKWs geparkt werden, wo natürlich der Kühler ganz normal laufen muss und vielleicht sogar TK-Ware und die stehen dann dort geparkt. Ich glaube kaum, dass das für Hotels interessant sein könnte. Aber gut, die Politik weiß ja wahrscheinlich schon, die wissen natürlich schon, was die gemacht haben und gesagt haben, also denke ich schon, dass die das ganz gut durchdacht haben. Dann gehen wir zur zweite Variante, aber die können ja den LKW irgendwo im Industriegebiet abstellen, können dann mit dem Taxi ins Hotel fahren. Natürlich, warum nicht? Warum sollte man nicht diese Möglichkeit auch noch geben, dass der Fahrer mit dem Taxi zum Hotel fährt und dass der LKW für 45 Stunden oder mindestens 45 Stunden, dass er irgendwo in einem Industriegebiet zwei Tage ohne Aufsicht steht, eventuell mit Ware drin, mindestens mit Diesel. Aber man muss sich ja in Deutschland keine Sorgen machen, weil in Deutschland ist ja, was Kriminalität angeht, ist ja alles vollkommen unter Kontrolle. Also die deutsche Regierung und die deutsche Polizei hat das Ganze maximal unter Kontrolle. Ich habe natürlich auch schon mal ein Video darüber, in einem Video das erwähnt, dass ich die Polizei, die deutsche Polizei, finde ich, macht gute Arbeit. Das Problem ist, ist, dass später diese Fälle, die dann wirklich auch vor Gericht landen, dass da eigentlich dann nichts passiert. Und damit, warum soll dann jemand nicht schön, wenn ein LKW am Wochenende mit 1000 Liter Diesel rumsteht, ist doch eigentlich eine Einladung, um einfach mal die Pumpe rauszuholen, eine 24 Volt Pumpe und die 1000 Liter in seinen LKW zu übertragen, sagen wir das mal so. Und eventuell, ja, Reserverad und so Sachen, die hast du ja sowieso nicht länger als eine Woche am LKW, wenn die neu sind. Und wie gesagt, wir reden hier alles momentan noch ohne Ware drin. Ohne Ware. Also, ihr seht schon, das ist echt sehr, sehr gut von der Politik geplant. Die haben da wirklich sehr stark überlegt und haben natürlich eine perfekte Lösung gefunden und ich kann dazu nur sagen, Daumen hoch. Gehen wir weiter. Die wollen also, dass die LKW-Fahrer die Wochenendruhepause nicht im LKW machen, außer die verkürzte. Es soll jetzt, so wie ich das gehört habe, zwei verkürzte nacheinander geben. Das heißt, mit anderen Worten, man kann drei Wochen im LKW schlafen, danach muss man nach Hause. Also, jetzt kommen wir zu dem Punkt, das passt mir ja noch mehr, weil dann kann ich die Wohnung in Memmingen, kann ich kündigen, da die Fahrer und ich kann, anstatt, dass der Fahrer eine 45 Stunden Pause macht in der Wohnung, wo ich die Wohnung zahle und noch die Spesen an den Fahrer, kann er dann mit einer 24 Stunden Pause praktisch nochmal eine Woche fahren und dann ganz normal für eine Woche nach Hause gehen. Also, für mich ist es ja besser. Trotzdem ist das Ganze Bullshit. Kompletter Bullshit. Was wird passieren? Firmen werden in Deutschland, also ausländische Firmen werden in Deutschland Firmen gründen. Die Fahrer werden trotzdem mit dem Mindestlohn bezahlt, weil es wird ja immer so, ja, in den anderen Ländern wird Lohndumping betrieben und Wahnsinn und bla 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 bla, dann denke ich mir, ja gut, 9 Euro Stunde ist natürlich, in Deutschland ist ja natürlich kein Lohndumping, das ist ja schon, also brutto, wohlgemerkt, ist schon richtig brutales Gehalt, muss ich sagen. Also so, 9 Euro die Stunde, also da ist Deutschland, würde ich mal definitiv sagen, kein Billiglohnland. Das heißt, diese ganzen Firmen können, die Größeren, weil wir Kleineren können das natürlich nicht, die machen einfach eine Firma in Deutschland auf, also, dass ich jetzt keine Namen nenne, die machen eine Firma in Deutschland auf und damit das keine Briefkastenfirma ist, mieten die sich ein Büro an, irgendwo in Ostdeutschland für, keine Ahnung, 200 Euro im Monat, setzen da vielleicht auch jemanden rein, der einfach die Post aufmacht und, ja, sich eventuell bei ein paar Telefonaten meldet und dort leben, dann mieten sich entweder ein Großhaus oder irgendwas, wo dann auch praktisch die Fahrer gemeldet sein können und dann passt ja schon alles, weil, wie soll dir jetzt jemand, wenn du jetzt einen Firmenhof in Deutschland, sagen wir mal, hast oder irgendwie irgendwo ein Bauernhaus auf dem Land und da die LKWs am Wochenende stehen, wie willst du das eigentlich kontrollieren, das geht ja gar nicht, das heißt, mit anderen Worten, man macht wieder die Kleinen kaputt, die solche Möglichkeiten nicht haben und lässt den Großen wieder diesen ganzen Dumping, das heißt, aber, aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, aber es werden die Abgaben steuern und alles wird in Deutschland bezahlt, es macht ja nichts aus, dass der Fahrer trotzdem einen miserablen Lohn hat, weil 9 Euro ist natürlich ein brutaler Lohn, das heißt, die Fahrer kommen ja mit 1600, 700 Euro brutto raus, was ja Wahnsinn ist, also Wahnsinn, also nur mal so, meine kroatischen Fahrer verdienen 2,2 netto mit Spesen für 3 Wochen im Monat arbeiten und fahren dann für eine Woche mit einem PKW, 5 PKW nach Hause, 9, also gut, 9 jetzt eineinhalb Jahre alt, 9 VW Polo habe ich denen gekauft, den die dann eine Woche lang zu Hause ganz normal benutzen dürfen. Denen geht es natürlich dann viel schlechter als den Fahrern, die nur im Urlaub nach Hause können zu ihrer Familie, die ja immer noch im Ausland ist, aber ist ja egal, Hauptsache Lohnsteuer und alles wird in Deutschland bezahlt oder Frankreich oder was auch immer. Natürlich ist Deutschland, Frankreich, die sind einfach so stark, da kommst du nicht gegen an, die machen was sie wollen, Gott sei Dank dauert es halt sehr lange, weil in Deutschland ist halt so Gleitzeit, keine Ahnung, 35, vor allem da in der Politik, die können ja kommen und gehen, wann sie wollen und dann kann das schon mal 10, 15 Jahre dauern, das natürlich so ein Gesetz gemacht wird, weil man schafft es natürlich nicht schneller und ja, wie gesagt. Gut, dann haben wir diesen Teil geklärt, also ich denke, jeder, der ein bisschen Grips hat, wird verstehen, dass es mir sogar jetzt mit diesem Gesetz besser gehen wird, trotzdem finde ich dieses Gesetz Sesselfurz haftig, das heißt einfach nur Bullshit. Gut, ich denke, ich habe zu dem Thema alles gesagt, das heißt, die Fahrer werden trotzdem weg von ihrer Familie sein, die meisten werden trotzdem in einem LKW schlafen und leben, der Unterschied wird nur sein, dass er in Deutschland mit Mindestlohn gemeldet ist und ja, dann halt in Deutschland praktisch lebt mit, weiß nicht, 5, 6, 7 Kollegen, ein Zimmer, eine Dusche und eine Küche teilen und ja, bei 7, 8 Kollegen kann es durchaus sein, dass 2, 3 davon richtige Messis sind und mit denen musst du dann zusammen leben, anstatt dass du dir dein LKW schön machst und drinnen einfach für Ordnung sorgst und dich darin wohl fühlst. Das geht natürlich nicht, weil die Politik will, dass es den LKW-Fahrern natürlich viel besser geht. Jetzt gehen wir weiter, Kabotageeinschränkungen, das ist die Sache, wo ich wirklich sagen muss, da bin ich komplett dabei, komplett dabei. Ich persönlich, bei mir ist es so, wir fahren Deutschland, England oder Österreich, England, kommt drauf an. Bei uns ist es so, dass es mal passieren kann, dass zum Beispiel in Deutschland irgendwo bei Frankfurt abgeladen wird und dann, weiß nicht, bei München geladen wird und dass man dann von Frankfurt nach München eine Tour, also praktisch nur eine Überbrückungstour nimmt. Das heißt, meine LKWs machen maximal, meistens machen die das nicht, aber maximal eine Kabotagefahrt pro Woche, pro LKW. Ich weiß aber, dass es Firmen gibt, ich kenne auch ein paar, die fahren tatsächlich praktisch in Deutschland, nur in Deutschland rum, fahren eigentlich überhaupt nicht raus, sondern haben gefälschte CMR-Papiere und ja, da kommen wir wieder zu dem Punkt, große Firma, kleine Firma, große Firma kann das, große Firma hat viele Kunden auch draußen, die dann solche CMR-Papiere oder Dokumente auch unterschreiben. So sollte mal eine Kontrolle sein, kein Problem, wird einfach geschickt. Also es wird viel gesagt, ja die Kabotage-Regelungen werden gar nicht kontrolliert. Die Kabotage-Regelungen können nicht kontrolliert werden, geht gar nicht. Dann gibt es die Sache, dass, ja genau, dass ich das nicht vergesse, dass die LKWs nach acht Wochen wieder nach Hause müssen, also in das Zielland. Okay, wo ist der Punkt? Der Punkt ist eigentlich, dass der LKW wieder in Deutschland oder Frankreich oder ja, die Länder, die sich so aufgeführt haben, gemeldet ist. Also es gibt ja, ich glaube, genug Beispiele in Frankreich, Deutschland, Holland, vor allem gibt es eine Firma, ich will jetzt keine Namen nennen, wo die alle, die LKWs sind ja ganz normal in diesen Ländern gemeldet, die Fahrer sind dort auch für den Mindestlohn gemeldet, sind aber trotzdem für zwei, drei Monate die Familie nicht. Aber das ist ja kein Problem, da ja die Fahrer in Holland oder Deutschland oder Frankreich leben. Da geht natürlich gegen solche Firmen wird nicht vorgegangen, weil es ja nicht geht mit diesem Gesetz. Aber gut, dann wie gesagt, was Kaputageeinschränkungen gibt, da bin ich dafür, aber das, wie das kontrolliert werden soll, ja bei einer kleinen Firma, klar, wo der Fahrer vielleicht sogar alle Papiere bei sich hat, da ist es natürlich einfach, aber bei einer großen Firma, das schaffst du gar nicht, geht gar nicht. Die schicken dir Papiere, was für welche die wollen und ja, du siehst, oder die deutsche Politik, Polizei, was auch immer, sieht ein CMR, wo da drin steht, dass der Fahrer nach England gefahren ist, ja gut, dann ist er halt nach England gefahren, obwohl der LKW, ja, drei Monate kein England gesehen hat. Aber ist ja egal. Gehen wir weiter, man will gegen Scheinfirmen vorgehen. Was genau mit Scheinfirmen gemeint ist, wahrscheinlich die deutschen Speditionen, die dann im Ausland praktisch eine Briefkastenfirma aufmachen, ja, dann dort praktisch die Fahrer und alles gemeldet haben und damit halt, ja, Sozialabgaben oder was auch immer sparen. Da bin ich auch dafür. Ich meine, ich bin allgemein gegen Scheinfirmen, aber ob man da was wirklich machen kann, da bin ich auch, da bin ich auch, weil, wie gesagt, meistens ist es ja so, dass diese Scheinfirmen irgendwo in Polen, Rumänien oder wo auch immer sind und ich denke nicht, dass Polen, Rumänien und diese Länder, dass die was dagegen haben, also denke ich auch nicht, dass da vorgegangen wird, aber wir wollen ja mal schauen, weil es ist immer so schön, wenn die dieses Gesetz rausbringen, das sieht dann immer so toll aus und irgendwie glaube ich nicht ganz daran, aber gut, dann muss ich natürlich sagen, gut, zu diesem Wochenend-Schlafverbot muss ich noch eins sagen, ich habe so in den letzten paar Tagen gelesen und die Medien, man muss einfach noch mal sagen, wie dumm die sind, ja, weil die glauben, dass es darum geht, dass die LKW-Fahrer überhaupt nicht mehr im LKW schlafen dürfen, was ja natürlich das wäre, ich meine, das kommt irgendwann mal auch und das ist natürlich, das würde mich dann natürlich noch mehr interessieren, wie man das Ganze dann mal schafft. Kommen wir jetzt zu den, sagen wir mal, dem letzten Punkt und der mir bekannt ist und das ist, die neuen Richtlinien für kleine LKW, also die werden jetzt ausgeweitet, also für LKW bis dreieinhalb Tonnen, da wird wahrscheinlich, keine Ahnung, bis dreieinhalb Tonnen brauchtest du bis jetzt ja keine EU-Lizenz und keine Ahnung, kein Fahrtenschreiber, nur ein Lügenbuch oder Lügenheft oder wie auch immer das genannt wird, also du hast ja selber angekreuzt, wann und wohin du fährst und da kommt jetzt natürlich wieder die Politik zu tragen, die wollen das bis Juli 2026, also schon in sechs Jahren, wollen die digitale Tachografen bei dreieinhalb Tonnen LKWs einführen, was ich natürlich Wahnsinn finde und ich finde es auch wirklich gut, dass die das schon in sechs Jahren vorhaben, das ist natürlich brutal schnell für die Politik, es sind, ihr müsst wirklich denken Leute, ihr denkt jetzt, dass ich da Spaß mache, aber ihr müsst einfach wissen, das sind keine 10, keine 20 Jahre, es sind einfach nur sechs Jahre, in denen man warten muss, dass die dreieinhalb Tonnen Sprinter mit dem Fahrtenschreiber ausgestattet werden, nur mal so nebenbei, ich wurde mit meinem Sprinter hundertmal angehalten, ich wurde mit Anhänger schon hundertmal angehalten, ich wurde wirklich so oft angehalten, ich kann nur eins sagen, von mir wurde nie dieses Lügenblatt verlangt, wenn ich einen Anhänger gezogen habe, weil für die, die es nicht wissen, wenn man rumfährt mit einem dreieinhalb Tonner Sprinter und hinten noch einen Anhänger hat, dann brauchen wir auch einen Fahrtenschreiber, also wenn man jetzt nicht das zum Beispiel im Baugewerbe, glaube ich, 150 Kilometer um deinen Standpunkt rum, brauchst du das nicht, aber die ganzen Autotransporter und so, die von, aus Osteuropa, die brauchen das und 90% davon haben keine Fahrtenschreiber, das ist aber, das Gesetz gilt schon seit Jahren, wird null kontrolliert, null, das heißt nicht, dass die Polizei dich nicht anhält, die hält dich an, nur das wird überhaupt nicht kontrolliert, deswegen bin ich mal gespannt, wie das Ganze laufen wird, also die brauchen auf jeden Fall noch sechs Jahre, dass die natürlich vorbeugen, dass es weniger Unfälle gibt mit dreieinhalb Tonnern, ich glaube, da müssen wir wirklich alle klatschen und sagen, gut gemacht, EU-Parlament, ihr wisst genau, was ihr macht und ich denke, dass ich dieses Video auch damit beenden werde, es wird wahrscheinlich nicht das letzte Video zu diesem Thema sein, aber vorerst das letzte, wie gesagt, es kommt noch auch ein Video, wo ich erzähle und erkläre, warum ich denke, dass momentan Deutschland sich selber langsam, aber sicher kaputt macht und, hier war eine Spinne, kaputt macht und wir werden dieses Thema weiterhin verfolgen, ich würde gerne, dass ihr fleißig und konstruktiv kritisiert und kommentiert, wer nicht in der Lage ist, konstruktiv zu kritisieren, der wird natürlich gelöscht, das ist das, was mir am meisten Spaß macht, er kriegt dann von mir eine saftige Antwort und er wird gesperrt und gelöscht und Daumen hoch natürlich nicht vergessen oder jeweils Daumen runter, da bin ich mir ziemlich sicher, dass in diesem Video kann ich ein paar Daumen runter auch erwarten und wenn euch das Ganze gefällt, wenn ihr bei diesem Thema bei mir aktuell sein wollt, dann unten unbedingt abonnieren und die Glocke drücken, dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir kommt. Das war es jetzt wie gesagt vorerst, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Restsonntag und ja, wir sehen uns am nächsten Sonntag. Also Leute, ciao.